Mit einem Trauerumzug ist die Beisetzung des Greifswalder Studententheaters auf dem Rubenowplatz inszeniert worden. Das Theater war zusammen mit anderen engagierten Studentengruppen in den Räumlichkeiten der Stralsunder Straße untergebracht. Das Haus Eigentum der Universität ist gesperrt und muss bis Ende März geräumt werden. Aufgrund der Baufälligkeit will die Hochschule für weitere Proben und Aufführungen keine Garantie übernehmen. Es bestehe auch kein Interesse daran, den Altbau weiter zu erhalten. Das Studententheater will sich neue Räume suchen, Requisiten und Technik werden vorerst im Theater Vorpommern untergestellt.